Ich gehe heute auf eine Hochzeit. Das heißt, mein Make-up muss gut aussehen und den ganzen Tag halten. Könnt ihr euch noch an meine letzten Hochzeitsvideos erinnern, wo ich geweint habe, weil ich so viele böse Kommentare bekommen habe? Das war echt uncool. Dieses Mal wird das aber nicht passieren. Also legt euch nicht mit uns an. Okay, Spaß beiseite. Das letzte Mal waren ziemlich viele sauer, dass ich mich nicht so stark geschminkt und gestylt habe. Aber die Hochzeiten, auf denen ich bislang war, waren eher solche schicken Gartenpartys, würde ich mal sagen. Also nicht so volles Ballkleid oder sowas, was ihr dachtet. Ich glaube, wenn ich mit so einem riesen Ballkleid und so fetten Make-up kommen würde, würden mich alle nur anstarren. Denn es geht ja heute um die Braut und nicht um mich. Ich muss übrigens gleich los, weil ich heute die Braut schminken werde. Ich bin vor sowas immer extrem nervös. Sie ist übrigens eine Freundin von mir. Normalerweise schminke ich nicht so gern andere Leute. Aber da mache ich gerne eine Ausnahme. Und ich würde sagen... Ich bin ready für die Hochzeiten.